Wenn das so ist, dann gehen wir hier wieder durch. Und... warte mal kurz, ich schaue mal kurz die Karte an. Dann gehen wir hier dann links. Ihhh, und das hier. Aha. Nichts besonderes anscheinend. Oh, Tücher. Okay, dann können wir nicht drauf machen. Den können wir auch nicht drauf machen. LOL. Aber den hier. Und den nicht. Nö. LOL. Wo sind wir hier, ey? Ah, okay. Kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Weih, ähm... Alkohol. Das ist der Kapitän. Das ist der Kapitän. Wir haben den Kapitän gefunden. Äh, LOL. Oh, hier noch. Clothes. Clothes nehme ich immer gerne mit. Aber sonst ist hier nichts. Was hat der Kapitän? Ui. Okay. Fliegende Tische. Oh, hier ein Seil. Sehr gut. Wir brauchen Seile. Hm, da ist noch ein Seil. Gut. Gut. Lecker. Aha, okay. Bäume mit einem schwarzen... Irgendwas mit einem schwarzen Loch. Oh, ich erinnere mich. Oh. Sind wir hier nicht weitergegangen einmal und da waren die ganzen Betenden oder irgendwas. Ich gucke einmal. Okay, ich glaube ich esse einmal kurz was. Ja, ja, ja. Ja, ja. Genau hier sind ja welche. Okay, deswegen bin ich da damals nicht weitergegangen. Da war noch eine Kiste, okay. Tja, dann gehen wir mal in die Richtung hier, würde ich sagen, ne. Gucken mal, was in der Richtung so los ist. Hm, Köffelchen. Können wir auch alle öffnen. Ah, okay. Batterien ist auch gut. Ah, okay. Hier haben wir sonst nichts mehr. Deswegen sind wir hier auch nicht weitergegangen. Ich verstehe. Obwohl wir hier weitergehen könnten. Also nein. Blöd, oder? Ja, ich weiß nicht, ob das... Haben wir das schon damals... Haben wir das schon damals irgendwie ausprobiert mittels Sprengung oder sowas? Weil... Irgendwie ist hier der Weg komisch. Ich habe keine Ahnung. Aber Sprengen kann ich jetzt auch nichts mehr, weil ich habe eigentlich kein Dynamit mehr. Nö. Ich habe gar nichts mehr. Und da die Zeichnung, die habe ich schon damals gefunden gehabt. Ah, da seht ihr. Marigold und Aloe Vera sind Medikamente. Gut. Ja, dann keine Ahnung. Dann würde ich mal sagen, dann gehen wir vorsichtshalber mal in die Richtung... Ja. In die Richtung, dort hinten. Wollen wir uns noch ein bisschen close. Wenn es schon da liegt. Ich würde halt nur interessieren, wie viele Monster, beziehungsweise wie viele dort hinten sind. Ob das jetzt da viele sind, oder nur einer, oder zwei. Oha. Das ist doch der eine oder andere. Äh, hallo? Hm. Ja, wir könnten jetzt versuchen, sie tot zu prügeln. Eine Taschenlampe hätte ich ja. Wie voll. 95 Prozent. Sieben Batterien habe ich auch. Löl. Schlafen die ein? Löl. Ich glaube, die haben die überhaupt getroffen. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Tja, wir sind bei der Faklinge, ne? Oh, da habe ich sogar noch ein Lagerfeuer. Au, 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 au. Löl, daten stecken. Ne Axt. Ähm. Ähm. Au, 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 au. Ich verbrauche da zu viel, äh. Zu viel, ähm. Na. Nicht, äh. Ausdauer verbrauche ich zu viel. Komm her. Sehr schön. Den habe ich tot. Den habe ich tot. Na komm. Na komm. tot. Dankeschön. Das seht ihr. Wir haben es geschafft. Und das mit, ja, ein paar Rüstungsrückschlägen, aber nicht so viel. Die Frage ist halt nur, wo ist denn der zweite, der dritte Kollege? Die Axt ist natürlich jetzt nicht mehr da, ne? Toll. Gut, wird wahrscheinlich in einer 0850 Axt gewesen sein, eine selbst zusammengebastelte. Eine selbst zusammengebastelte Axt wird das wahrscheinlich gewesen sein, sonst nichts. So, da. Nahahahaha. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt rausgehen sollten aus der Höhle, dann wieder reingehen sollten, zwecks Speicherung oder sowas, huch, dann sind die doch bestimmt wieder da, oder? Müssen wir mal kurz gucken, wie viele Knochen? 11, das heißt mir fehlt einer. Beschiss sowas. Ah, jetzt habe ich es. 12. So, jetzt machen wir es sich gleich wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Äh, wir warten das. So war das. So. Dann haben wir wieder ein bisschen, ein paar Knochis. Das, schau her. Äh, wieso ist denn der tot? Ich habe denen nur einen Pfeil draufgehaut. Ist der vor Aufregung gestorben, oder wie? Hahahaha, lol. Na ernsthaft jetzt? Ich habe denen nur einen Pfeil reingeschmissen gehabt. Komisch. Wie voll sind die jetzt 68? Alter Schwede. Also die geht schon ein bisschen schnell down, muss ich sagen, die Batterie. Na seht's ja. Okay, soweit waren wir anscheinend auch schon einmal. Ah, 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 ah. Sonst hätten wir das jetzt nicht erkundet gehabt schon. Das heißt, das ist ja noch immer nichts Neues, was ich euch heute zeige. Das ist ja noch immer was Altes. Eine Frechheit, sowas. Ja, wie gesagt, Freunde, ich muss mich, ich muss mich endlich einmal mehr trauen hier in dem Spiel, weil solange ich mich nicht mehr traue in dem Spiel, äh, funktioniert gar nichts. Ne, ihr seht's ja quasi hier jetzt gerade. Fünf Knochen, da fehlt ja wieder einer. Jetzt nach meinen. Äh, ich hab's ja gerade gesehen, es funktioniert ja, wenn ich mich nicht traue, ja. Ich muss mich endlich einmal trauen. Solange ich mich nicht traue, ja, geht gar nichts. So, ein paar Klos nehmen wir natürlich wieder gern mit. Und da hinten hab ich schon gesehen, gibt's einen Abstieg wieder. Ähm. What the heck? Was rennt denn da schief, ey? Okay. Was ist da schönes hinten? Nichts. Ich muss mich nur ein bisschen umschauen hier. Aha. Schokoriegeln. Okay. Flares. Ein Herz. Ah, hier hinten ist ja nur der Bauhelm, gell? Und ein Herz, genau. Sonst nichts. Genau, 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 genau. Das war ja das. Okay. Vielen Dank.